Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade so überlegt, dass ich es eigentlich gar nicht fassen kann, dass wir mittlerweile beim sechsten Chakra, also beim vorletzten Chakra angelangt sind. Ich habe so das Gefühl, wir haben die Chakra Challenge doch eigentlich erst gestartet. Also bei solchen Sachen merkt man erstmal wieder, wie krass schnell die Zeit vergeht. Und wir sind beim sechsten Chakra angelangt, dem Stirnchakra. Und die Farbe des Stirnchakras ist dunkelblau und es liegt, wie der Name schon sagt, auf der Stirn. Und zwar da, wo sich auch das dritte Auge befindet, zwischen unseren Augenbrauen. Und die zentralen Themen des Stirnchakras sind Intuition, Weisheit, Erkenntnis, aber auch Wahrnehmung, Fantasie und Vorstellungskraft und Selbsterkenntnis. Also ein ganz, ganz wichtiges Chakra, wenn wir wieder zu uns selbst finden wollen, aber auch zum Beispiel für Visualisierungen ist das sehr, 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 sehr wichtig. Oder auch dieses, wenn wir mehr auf unser Gefühl hören wollen, ist nicht nur das Bauchgefühl wichtig, sondern auch die Intuition. Und die stärken wir halt zum Beispiel mit dem Stirnchakra. Und wie alle Chakren hat das Stirnchakra natürlich auch Einfluss, körperlichen Einfluss. Und die Einflussbereiche sind klassischerweise am Kopf, also Kleinhirn und die Sinnesorgane, also Augen, Ohren, Nase, Gesicht und Nebenhöhlen, aber auch Hormonen und Nervensystem und die Hypophyse. Und über das Stirnchakra kann sich der Mensch mit der geistigen Welt verbinden. Also wenn dir das manchmal vielleicht schwerfällt oder wenn du da das Vertrauen dahingehend stärken möchtest, wäre es vielleicht auch eine gute Sache, am Stirnchakra zu arbeiten. Und wenn man ein gut entwickeltes Stirnchakra hat, dann hat man wirklich eine sehr beeindruckende Vorstellungskraft und Fantasie und einfach geistige Klarheit. Wenn es allerdings Blockaden im Stirnchakra gibt oder es dort auch einen Energieüberschuss gibt, dann leidet man unter Konzentrationsschwäche. Hat auch so diese Gedankenflucht. Kennt ihr das? Wenn man sich mit seinen Problemen hier und jetzt zum Beispiel nicht beschäftigen möchte, sondern sich in seine Gedankenwelt verzieht. Man ist vergesslich, man ist zum Teil vielleicht auch geistig ein bisschen verwirrt. Auf der anderen Seite leidet man zum Beispiel auch unter Selbstsucht, unter Selbstverherrlichung, Machtstreben, hat eine sehr egoistische Haltung. Und wenn man jetzt mit dem Stirnchakra arbeiten möchte, sind natürlich wie immer Meditation, Yogaübungen ganz, ganz toll. Die verlinke ich euch auch wie immer unten in der Infobox. Es gibt auch zum Stirnchakra wieder wunderschöne Produkte von Chakmonie und ich freue mich, dass es auch im sechsten Monat so ist, dass ihr jetzt auch 10% auf die Stirnchakra Produkte bei Chakmonie bekommt. Den Link und den Code, den ihr dafür nutzen könnt, findet ihr unten in der Infobox. Schaut einfach mal vorbei, was es so alles gibt. Also ich bin ein großer Fan von den Tassen und den Glasuntersetzern, weil die sich halt mega in den Alltag einbauen lassen. Aber es gibt halt auch sehr, 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 sehr schönen Schmuck. Dann könnt ihr natürlich auch wieder mit Edelsteinen arbeiten. Das wäre jetzt im Fall des Stirnchakras der blaue Saphir und auch der Opal. Ihr könnt wieder mit ätherischen Ölen arbeiten. Das ist Lemongrass und Feilchen. Und Gewürze, wenn ihr dahingehend arbeiten wollt, sind Kurkuma und Lorbeer, wenn ihr das Stirnchakra stärken möchtet. Ich weiß, dass noch ein paar Leute fleißig mit dabei sind. Das freut mich wirklich sehr. Schreibt gerne in den Kommentaren mal, was so eure Erfahrungen bisher waren, euch mal wirklich jeden Monat oder einen Monat lang auf ein Chakra zu konzentrieren. Was ihr vielleicht schon für Veränderungen wahrgenommen habt, weil es fließt jetzt schon gut Energie durch die ersten fünf Chakren. Und das muss auch sein. Also wir müssen uns von unten hocharbeiten, sonst können wir dann nicht mit dem siebten Chakra arbeiten, weil da müssen erst alle anderen Chakren frei fließen können. Wir kommen also schon in vier Wochen zum siebten und damit letzten Chakra. Das ist doch, ich bin schon ein ganz klein wenig wehmütig. Ich hoffe, die Chakra Challenge hat euch bis hierhin so weit gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.